Gier war meine Sünde, aber Geiz ist der Makel, der unseren Stahl schwächt. Diese Industriellen haben sich einem Ertrag unseres langen Krieges bereichert. Ihre Drohnen, ihre Maschinen arbeiten in entfernten Fabriken. Zu welchem Zweck? Wir müssen unseren Blick auf sie richten. Unsere Fallen mit den Würmern des Profits beködern. Die, die am Atar des Kommerzes knien, werden der Void geopfert werden. Für ihre Erwägung. Vorbahn Spannungsprojekt 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 Vielen Dank.